Eisen, ach schade, aber das Redstone nehmen wir auf jeden Fall mit, weil wir das noch brauchen werden, da ist noch Gold, alles klar, hier muss ich wieder ein bisschen aufpassen, hier ist noch mehr Redstone, Redstone, so, jetzt können wir anfangen mal alles mitzunehmen, das Redstone mit meins, die Kohle lasse ich erstmal hier liegen, die nehme ich vielleicht später nochmal mit, so, Dankeschön, sehr freundlich, so, das Redstone nehme ich jetzt auch gleich mal mit, was, ach so, ich dachte, dahinter geht es noch weiter, hab mich verguckt, Entschuldigung, so, hüpf, hüpf und hüpf, hier war ich auch noch nicht, hier habe ich auch noch nicht ausgeleuchtet, aber hier geht es anscheinend nicht so viel weiter, ich sehe hier jetzt auch nichts großartig, was mich interessieren könnte, sprich Diamanten, ja, die Fackel habe ich ja ganz toll gesetzt, so, ist besser, so komme ich nämlich besser an das Eisen ran, jetzt müssen wir auch schon bei zwei Stacks Eisen haben oder so, wenn wir nicht schon zwei Stacks haben, na, noch nicht ganz, so, jetzt will ich das ganze Redstone hier haben, wo war denn noch was, sind wir nicht irgendwie von hier gekommen oder so, war das nicht irgendwie so, ne, nicht ganz, von hier sind wir gekommen, war hier hinten nicht noch irgendwo, ne, hier hinten war die Kohle bloß, die ich da noch gelassen habe, wo war denn noch ein bisschen Redstone für mich, jetzt auch wieder nichts außer Kohle und Mengen davon, aber das brauchen wir gerade nicht, ich nehme noch das Redstone hier unten mit, na, nimm's, jetzt auch bloß noch so ein bisschen Eisen, das will ich da jetzt aber nicht auch von der Lava wegnehmen, weil ich nicht in die Lava fallen will, das Eisen nehmen wir auch gleich noch mit und das Eisen nehmen wir jetzt mit, so, alles mitnehmen, oh, Moment, ich muss die Musik an meinem Oma schnell ein bisschen leiser drehen, also nicht an meinem Ohr, an meinem Kopfhörer, so, da ist noch Eisen, das nehmen wir natürlich noch mit, das kommt auch noch mit, einmal schnell richtig hinsetzen, ich sitze hier schon wieder voll verkrüppelt auf meinem Stuhl, hatte ich nicht noch irgendwo noch ein bisschen Redstone gesehen, davon könnte ich nämlich noch ein bisschen was gebrauchen, zu Hause, also in unserer Wohnung, da haben wir ja auch nicht mehr so viel, ja, ich nehme jetzt erstmal die ganze Kohle hier mit, das war vielleicht nicht so schlau, tschak, alles meins, ja, boah, wie groß die Kohleadern einfach sind, die hätten sie ruhig ein bisschen kleiner lassen können, Kohle hat man heutzutage hier bei Minecraft echt im Überfluss, das, man kann ja schon fast sagen, das braucht man nicht mehr, so, meins, und ab nach oben, kann mir sonst noch irgendwas schönes liegen da vorne, das Eisen, das will ich mir nicht so nehmen, da falle ich sowieso bloß in die Lava, ich kenne mein Glück, ja, gehen wir erstmal wieder zurück, hier schien nicht mehr viel Interessantes zu sein, so, hier noch, da oben ist noch Eisen, und hier ist auch noch Eisen, mal kurz gucken, ne, da kommt nichts von unten, alles klar, so, geht mal weg hier, ich will an mein Eisen rankommen, dankeschön, so, hier ist auch noch Eisen, hier ist nicht mehr so viel Interessantes, dann leuchte ich mal in der Mitte einfach aus, das Eisen bauen wir jetzt mal schnell ab, so, zack, und da litt weg, na, lass mich raus, war hier nicht noch was, ne, hier war nichts mehr, nein, hier war nichts mehr, ne Truhe haben wir auch noch nicht in den ganzen Stollen gefunden, die müssen wir doch eigentlich auch mal irgendwann mal finden, so, hier hört das mit den Stollen relativ plötzlich auf, hier ist noch ein bisschen Kohle, die ich jetzt einfach mal Kohle sein lasse, und jetzt sind wir wieder, wer jetzt hier, oder wo sind wir jetzt, keine Ahnung, so, ich glaube, wir können uns auch mal ein wenig auf den Nachhauseweg machen, joa, langsam, ne, also wir haben jetzt fast zwei Stacks Eisen, wir haben jetzt knapp anderthalb Stacks Kohle, 22 davon, 7 Gold, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Fleisch, ein bisschen Cobblestone, und noch ein bisschen Klumpatsch, den man eigentlich nicht braucht, ich nehme noch jetzt mal ein bisschen Kohle mit, brauchen wir noch für zu Hause zum Ofen befüllen, oder so, oder Fackeln, was weiß ich, irgendwo für werden wir das bestimmt noch mal brauchen, einfach mal alles mitnehmen, und jetzt noch hier schnell die Kohle abbauen, und jetzt noch hier schnell die Kohle abbauen, und weg und weg und weg, alles meins, ne, klar, jetzt sind wir hier fertig, alles klar, so, vielleicht finden wir sogar hier raus wieder zurück, diesen Ganglängs, den ich mir hier irgendwie markiert habe, wohl, keine Ahnung, oder wir gehen, warte, ich habe sogar noch eine fast bessere Idee, und zwar muss ich das dafür einmal ein bisschen abmessen, dass wir relativ genau unter der Spalte hier bei uns, die wir da gefunden hatten, zu Anfang wieder hochkommen, das ist hier, hier scheint das zu sein, und hier kloppen wir uns jetzt einfach nach oben, auch da ist ja, oh nein, hier geht es ja noch weiter, oh egal, nehme ich noch schnell die Schienen mit, huch, nein, nicht unseren Gang fluten, böse, aus, pfui, ich möchte das nicht, so, schnell mal ein bisschen ausleuchten hier, oh, da haben wir noch Eisen übersehen, das nehmen wir auch gleich noch mit, meins, alles meins, so, 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 da scheint nicht mehr so viel Interessantes zu sein, so, von hier unten, aua, kommen wir, hier hat uns ja auch mal der Creeper weggebombt, ja, genau, so, irgendwo hier haben wir uns, ich glaube, haben wir uns nicht sogar hier hochgegraben, war das nicht so, ja, meine ich doch, so, so, erst mal mit Dirt, so, einfach mal straight nach oben, hüpf, 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 oh, so dunkel, Licht, hier geht es ja noch weiter, oder sind wir hier schon wieder da, wo wir sein wollen, äh, nö, hier ist noch nerviger Stollen, ah, nein, 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 böse Falle, ganz böse Falle, so, aha, ah, da ist Eisen, cool, nehme ich gleich mal mit, oh, meins, so, hüpf und hüpf, was haben wir hier noch, hier haben wir bloß noch Schienen, aber die nehme ich auch mal alle mit, oh, hier haben wir noch nicht ausgeleuchtet, was ist hier noch, Eisen, noch mehr Schienen, und hier geht es bloß nach unten und da scheinen wir schon gewesen zu sein, so, äh, war hier nicht noch irgendwo Eisen, ne, da war da hinten, lass mich hoch, genau, das war hier, hier erstmal nochmal die Kohle mitnehmen, ich weiß, dass das Eisen hinter uns ist, das nehme ich jetzt auch gleich mit, aber die Kohle nehme ich auch nochmal mit, was sagt denn unser Inventar, ja, ein bisschen Platz haben wir noch, wir haben schon den dritten Stack Kohle angebrochen, oder, äh, Eisen, ne, wir haben jetzt genau zwei Stacks voll, egal, ich nehme den dritten noch mit, so, dankeschön, alles meins, so, jetzt das Eisen noch, boah, wenn das so viel Eisen wie Kohle geben würde, denn, na, wobei man hat sowieso schon, kaum noch Eisen, Mangel, weil man braucht bloß einmal in so ein Cave zu gehen, und dann hat man wieder, was, und die Schnarchnase, habe wahrscheinlich schon wieder vollkommen verpennt, wo wir überhaupt, reingekommen sind, oh, endlich passende Musik, Horror, Wahnsinn, was haben wir hier noch, irgendwas Großes, nö, alles klar, so, so, da unten waren wir auch schon, so, schlau wie ich war, habe ich jetzt natürlich wieder so, grob vergessen, wo wir uns rausgebuddelt haben, war das hier, war hier, alles klar, puh, ich habe es doch nicht vergessen, so, und ab nach oben, das Eisen nehmen wir natürlich gleich auch nochmal mit, so, Licht, Dankeschön, Eisen, alles meins, und weh, wir kommen jetzt wieder in irgendeinem Cave raus, ja, wir sind oben, juhu, das ist ja gut zu merken, wo wir hier runter müssen, alles klar,